Es kämpfen Gelb gegen Rot. Pugnate! Du schöner Wurf! Dieses letzte ist übrigens Bleibeschwert. Wie gesagt, ich habe gestern Helm ausgeprästet. Komm schon! Sie kriegst du, der hält die kann nicht! Schöner Kampf! Der Retiaria greift kurz, Anstich zu. Der Secruta muss mal konzentriert bleiben. Der Retiaria zieht sich zurück, ruht sich aus. Er entscheidet jetzt, wann gekämpft wird. Aber die Verteidigung vom Secruta ist gut. Aber das Netz zieht seinen Arm schwer herunter. Wird er es weiter oben halten können? Rot ist der Retiaria. Gelb der Secruta. Der Secruta wurde am Bein getroffen. Der Retiaria zieht sich zurück. Der Retiaria zieht sich zurück. Aus der Deckung noch einmal ins Bein. 1 zu 0 Architeutes. Der bekannteste Graffiti sagt, der Retiaria, der in der Arena die Exekutoren fängt, und nachts die Damen. Also seht euch vor. Der Schiedsrichter entscheidet, das darf er, ob der Retiaria das Netz zurückbekommt. Er bekommt es zurück. Er darf es noch einmal verwenden. Der Helmkamm des Secrutos ist genau so gemacht, dass das Netz abgleiten kann. Der Stich des Secruta ist blockt der Retiaria mit seiner Wahl. Der Stich des Secruta ist blockt der Retiaria mit seiner Wahl. Der Secruta verfolgt seinen Gegner, bis er es nicht mehr schafft wegzulaufen, und sticht ihn trocken in den Bauch. 1 zu 1. Die Schiedsrichter entscheiden, das Netz aus dem Spiel zu nehmen. Fragt das Publikum! Die Gladiatoren sagen, es soll das Publikum fragen. Soll er sein Netz wiederbekommen? Der Lannister kämpft übrigens auch in der Armatur des Retiarias und hat überhaupt gar keine Parteilichkeiten. Während er sich vorbereitet, ein kleines Detail. Auch ich trage meine Tunika oberhalb von meinen Knien. Das war Soldaten vorbehalten oder Kämpfenden. Also ein Zeichen, dass auch dieser Lannister, wie auch die beiden Sommarudis Kämpfende sind. Wohl auch Gladiatoren. Wohl! 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 Im Rückzug sticht der Retiaria in die Schulter des Secutors. Ein flinker Kerl. 2 zu 1. Aber jetzt geben wir ihm das Netz nicht wieder. Er liegt vorne. Wunderschön. 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 Ob die Bewältigkeit des Retiaria halten bleibt? Ich denke schon. Du warst auf einmal einfach weg. Aus meinem Sichtweg. 2 zu 2. Rot. Sprecherkreis. Ja! 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 Wir laufen jetzt! Du beruhst über den Mund. Ja. Bleib nicht direkt angreifen. Die Ausrüstung ist gut. Das sieht gut aus. Und das wird unglaublich schwer. Noch mal ein Kitzchen. Wow! Architektes! Wettbewerb! Böse, Areti!